Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu OZOK Mega Es zum neuen Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz herzlich bei mir auf dem Kanal, denn heute gibt es mal wieder einen richtig geilen Food Review. Wir sind heute zu Five Guys Burgers & Fries gefahren, denn heute werden richtig geile Burger Reviews von mir. Ich habe aus den Zuschauer-Kommentaren schon mehrfach gehört, du OZOK, fahr doch endlich mal zu Five Guys. Die machen richtig geile, krasse, leckere Burger und da musst du unbedingt mal hingehen. Also, ich lasse mich da nicht luchten, mache das natürlich. Wir werden jetzt gleich reingehen, werden uns die Karte angucken und im Titel werdet ihr dann natürlich erfahren, welchen Burger ich mir geholt habe. Ich werde natürlich mir dann auch noch überlegen, ob ich noch weitere Burger für Five Guys Reviewen werde, je nachdem wie gut dieser Review ausfallen wird. Und deshalb wünsche ich euch bei diesem Video ganz viel Spaß. So Leute, ich war jetzt im Five Guys drin gewesen. Wir sind beim Five Guys am Alexanderplatz in Berlin. Ich habe die Order 56 bestellt. Also, für die Leute, die noch nie bei Five Guys Burgers & Fries gewesen sind, hier noch eine kurze Erklärung. Es gibt generell gesehen nur Beef Burger, Hot Dogs und Pommes vor Ort, sowie Milkshakes und Getränke. Wenn ihr euch einen Burger aussucht, kriegt ihr dann entweder die normale Variante, dort sind zwei Fleischscheiben drauf, oder die Little Variante, da ist dann nur eine Fleischscheibe drauf. Die Burger sind standardisiert und ihr könnt euch aber an der Kasse jedes Topping, was es vor Ort gibt, mit draufpacken lassen. Theoretisch gesehen auch alle Toppings, das heißt Salat, Zwiebeln, geröstete Zwiebeln, Mayonnaise, Reddish-Soße, geile Barbecue-Soße oder halt was es halt alles gibt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf der Webseite von Five Guys mal informieren. Und das Ganze hat mich gekostet. Hier seht ihr es nochmal. Ich habe heute leider nur eine Kamera dabei. 9,95 Euro. Das ist der Preis für meinen Bacon-Cheese-Burger. Den habe ich mir geholt mit natürlich Bacon, Mayonnaise, Cheese, Ketchup, Zwiebeln, Tomaten, Gurke und Barbecue-Soße, weil ich bin ein Fan, was Soßen angeht. Und hier haben wir die Tüte des Glücks. Da befindet sich der Burger drin. Und ja, so sieht das Ganze aus. Das ist ein Doppel-Burger. Wie gesagt, wir packen das Ganze mal aus und dann schauen wir mal nach, wie das Ganze so im Detail aussieht. Tart, 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 tart. Boah, krass, Alter. Der sieht schon extrem fettig aus. Ihr seht hier oben diese Fettspuren. Ich kann euch jetzt heute leider keine richtige Nahaufnahme machen, außer halt, dass ich es euch näher ranhalte und dann ein bisschen reinzoome. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Hier ist das Sesambann. Hier oben sind die beiden Fleischpattis. Da ist der Käse, da sind Zwiebeln. Hier an der Seite ist Bacon. Der ist... Der ist der Bacon, der knusprig ist. Der Burger-Bacon ist mega knusprig. Alter, schmeckt das geil. Wir werden den Burger jetzt, wie gesagt, nicht nochmal extra auseinanderbauen, weil ich habe euch ja gesagt, was drauf ist. Aber wir werden auf jeden Fall gleich nochmal die Angestelle zeigen, damit ihr euch das Ganze auch mal im Detail sozusagen anschauen könnt. So, und dann nehme ich das gute Stück mal. Also, ihr seht auch, hier ist die Tomate mit drauf. Da ist die Gurke mit drauf. Hier unten sind die normalen Zwiebeln mit drauf. Also, er ist wirklich massiv gefüllt. Ist auch sehr fettig. Das Band ist sehr, sehr weich und hat auch die Flüssigkeit aufgenommen. Finde ich jetzt erstmal sehr, sehr gut. Und dann wünsche ich euch jetzt einmal guten Appetit. Boah. Boah. Ist das fettig. Es tropft alles raus. Mmm. Mmh. Mmmh. 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 Einen Moment Ruhe. Meinen Damen und Herren. Für diesen Burger-Genuss. Mmmh. Alter. Mmmh. 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 Ist das saftig. Ein Glück sind da so viele Servetten drin. Oha. Also, ich muss schon sagen, der Burger, er ist mega saftig. Er ist wirklich perfekt gegrillt. Ich halte euch das jetzt mal hoch, damit ihr das besser sehen könnt. Ich hoffe, dann könnt ihr das ganz gut an der Anbestellung erkennen. Er fällt auch so ein bisschen auseinander, weil der Bacon ist ganz unten drunter. Wir haben ja die beiden Fleischpatties, den Käse, den Bacon, die Gurke und auch die Zwiebel mit drauf. Es schmeckt saftig nach Beef. Der Beef-Geschmack ist sehr, sehr intensiv. Ich muss sagen, die Cheddar-Käse-Sorte finde ich auch in Ordnung. Schmeckt ähnlich wie die von Burger King, muss ich sagen. Ist aber auch nicht genau gleich. Die Tomate ist sehr frisch. Oben ist Mayonnaise drauf auf dem Burger. Wie gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt schaut euch nochmal diesen Bacon an. Wenn das kein richtiger Crispy Crunch Bacon ist, dann weiß ich auch nicht. Alter, schmeckt das geil. Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, das Ganze ist natürlich auch kein Schnäppchen. Denn Five Guys ist halt eine Premium-Burger-Marke, muss man sagen. Ähnlich wie der Schiller-Burger, den es auch in Berlin gibt. Da bin ich auch noch nicht gewissen. Falls ihr davon ein Food-Review sehen wollt, dann könnt ihr das natürlich zeigen, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Zu diesem Burger kann ich aber jetzt erstmal nur sagen, geschmackstechnisch ist das auf einem ganz anderen Level. Wenn man das mit einem normalen Big Mac oder mit so einem Big King von Burger King vergleicht, der schmeckt einfach wirklich um Längen besser. Für den Geschmack für diesen Burger, der ist wirklich sehr, 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 sehr saftig, gebe ich an dieser Stelle fünf fette Ossergesichter. Wirklich delicious, ein richtig geiler, leckerer Burger. Ja, dann müssen wir natürlich aber auch den Preis begutachten. Und preismäßig ist das Ganze so, er kostet halt 9,95 Euro. Man kriegt keine Pommes mit dazu und auch kein Getränk. Das bedeutet natürlich halt, man bezahlt 10 Euro für den Burger. Und das finde ich schon sehr, 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 sehr happig. Ich würde jetzt sagen, so 8 Euro, dann wäre der Burger das auf jeden Fall wert. Und den kann ich auf jeden Fall in jedem weiterempfehlen. Vom Preis her ein bisschen zu teuer. Ja, Leute, das ist mir noch nie passiert. Ich bin gerade beim Food-Review von Five Guys Burgers & Price. Und ja, hier unten seht ihr, das ist der Schnipsel, der noch übrig ist. Der hat einfach die Videodatei nach der zweiten Szene gekappt. Und ja, deshalb seht ihr mich jetzt zu Hause. Wir sind jetzt gerade beim Fazit bzw. beim Preis. Und das würde ich jetzt natürlich noch gerne zu Ende mit euch besprechen. Also preislich gesehen war der Burger ein bisschen zu teuer, wie gesagt. Und hätte ruhig 2 Euro weniger kosten können. Dementsprechend kriegt der, ja, Burger von Five Guys für den Preis nur 2 Ossergesichter. Gesamt gesehen aber von dem Geschmack her und dem Gesamtkonzept her gar nicht natürlich auch für dieses Produkt einfach eine gute, also eine mittelgute Gesamtbewertung abgeben. 3,5 Ossergesichter für das Gesamtprinzip. Ich finde es besonders gut, dass man alle Radishes und also alle Toppings für den Burger sich einfach selber raussuchen kann und auch fertig machen kann. Und dementsprechend kann man sich seinen eigenen Burger selber designen. Wichtig bei Five Guys gibt es halt, wie gesagt, noch selbstgemachte Pommes. Es ist halt immer so, dass bei Five Guys auch die Pommes in großen Säcken angeliefert werden und aktuell auf der Tageskarte draufsteht, aus welchem Land, also EU-Land, die Pommes kommen. Das finde ich sehr, sehr gut. Das schafft Transparenz bei einer Burgerkette und ist wirklich sehr, sehr nice. Außerdem gibt es noch Hot Dogs, die ich vielleicht auch nochmal probieren werde oder auch in, vielleicht wenn ihr das wollt, probieren werde. Also Ossergesichter, fahr doch mal bitte zu Five Guys und frisst doch mal bitte den Hot Dog noch und bewerte den. Mache ich natürlich auch gerne für euch, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ja, und damit sind wir am Ende schon dieses Videos angekommen. Das tut mir wirklich sehr leid. Ich habe es jetzt gerade gesehen. Es ist auch, wenn ihr jetzt nochmal kurz auf die Uhrzeit guckt, 23.27 Uhr. Ich habe es selbst am selben Tag noch aufgenommen. Ja, kann man leider nichts daran ändern. Ist dann halt einfach so. Aber ich werde das Video jetzt auch dafür nicht neu drehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das Ganze. Die nächsten Burger-Views werden wieder mit zwei Kameras aufgenommen. Weil falls dann eine Kamera ausfällt, habe ich ja die Aufnahme von der zweiten Kamera neu. Naja, ansonsten war es dann soweit. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Falls ihr noch keine Abonnenten seid und jetzt das Video zum ersten Mal bis hierhin geguckt habt, dann abonniert doch meinen Kanal. Dann verpasst ihr keine Pool-Reviews mehr, keine Meinungsvideos, keine Vlogs. Und ansonsten sehen wir uns dann einfach beim nächsten Video wieder. Stay real. Bis dann, euer Osak. Ciao. Bis dann, euer Osak.